So, jetzt habe ich es endet. Ich bin hier in der Nähe, wo der liegen soll, aber... Außer Spinnenweben und sowas ist hier nichts. Oh Gott, ist hier eine Müllhalde. Da kontrolliere ich doch nochmal. Das ist ja hier auch eine Pissecke, glaube ich. Also hier oben scheint er nicht zu sein. Der muss doch unten sein. Gut, gibt immer noch GPS-Abweichung logischerweise. Das ist natürlich intelligent in der hellen Hose hier lang zu gehen. Wenn ich mich jetzt lang lege, sehe ich lustig aus. Der soll jetzt auf dem Boden liegen und nicht am Baum. Natürlich die Frage, ob das... Was ist die Frage? Ich versuchze dir jetzt mal. aber ich muss zugeben ich immer gibt mir doch nicht allzu viel müde mit wenn sowas nicht innerhalb von fünf minuten gefunden wird sich einfach dann höre ich normalerweise auch eigentlich sowieso längst zu lange so jetzt bin ich aber weg sind mir zu viele das hier gänger schade so wir suchen jetzt den nächsten cage und zwar christus kirche godesberg also für alle die dennoch suchen wollen abschalten es könnte sein dass ich spoiler gut dann gucken wir mal ja es herbst natürlich zu ist klar sonntags wo die leute zeit habe ich die kirche zu ich habe fast eine idee wo das ist so jetzt vorsicht spoiler alarm so jetzt so jetzt so jetzt so jetzt soll magnetisch sein. dann kann er doch nur hier irgendwo. hier gibt es doch keine andere möglichkeit. oder ist er da? das kann nicht sein. ich hätte gedacht da drunter vielleicht. wer kennt es? wer rosins restaurant gesehen hat an der ahr. da gab es einen laden der grottenschlecht war von der hygiene und so weiter. also eine katastrophe. und der ist jetzt hier. und hier muss alles super laufen. muss auch alles top sein. da gab es auch schon von irgendeinem youtuber einen bericht drüber. also ich glaube da werde ich auch mal testen gehen. aber heute hat er glaube ich zu. aber hole ich noch mal nach. der muss jetzt richtig gut sein. also vielleicht gibt es eine empfehlung von mir. mal schauen. gut. ich stopp mal. ich loch den als nicht gefunden. dann mal gucken ob ich noch einen mache oder nach hause gehe. alles klar. bis dann. tschau. so leute. ich wollte mich ja nicht auf die bank setzen und ein not found locken. und guckt mal hier. direkt gefunden. in so einer kiste. wo natürlich sag ich nicht. natürlich nicht da. logisch. und zwar. und dann verstecke ich ihn jetzt mal. aber ohne euch. so. dann gehe ich aber jetzt nach hause. und ich werde aber noch über den friedhof gehen. noch einen alten freund besuchen.